Hallo Wild, da sind wir wieder hier bei den Flüchtlingen und der lieben Sarah. Hallo Sarah. Hallo Ritchie, hallo YouTube. Ja, hier ist einiges im Argen. Alle sind unzufrieden. Alle sind müde, kaputt und ich nehme jetzt mal den Houston. Der ist ja soweit ganz gut. Kontrollen übernehmen, damit er aufhört hier rum zu streiten. Und dann bräuchte ich, wo ist denn der, noch einen Charakter, der uns dann begleitet. Wird das hier repariert oder? Achso, das dauert 21 Minuten. Ja, hier wird man ja oft angerempelt, wollte ich schon sagen. Angegriffen. Ist ja schon nicht mehr... Er ist okay. Und... Ich wechsle aber ganz so... Ja? Ach, ich wusste es... Läder an. Der hat ne Schaufel als Waffe? Na toll. So, ist unsere Werkstatt heile, dass ich jetzt endlich mal Waffen reparieren kann? Ne vernünftige mitnehmen kann hier? Ich bin mal mit Pagan hier, einer Automechanikerin. Oh, okay. Und dann auch gleich ausrüsten. Okay, dann haben wir zu diesem Charakter. Schauen wir uns an, was er für eine Waffe mitnehmen kann. Ja, dann reparieren wir die. Dann können wir die ausrüsten. Gut. Okay, ich bin wieder bereit. Hast du Benzin? Nein, das kann ich aber jetzt, glaube ich, aus dem Lager holen. Das Lager ist ja jetzt mal fertig, denke ich mir. Okay. Ich hab ein Benzinkanister. Ich brauch noch Medikamente zum Mitnehmen. Unterwegs. Ja, wir müssen ein paar Seuchenstationen fertig machen. Seuchenherzen, meinst du? Oder... Einfach Seuchenherde. Oder Infektionsherde. Infektionsherde. Infektionsherde, ja genau. Ja, das passt doch gerade ganz gut. Kannst du die Werkstatt noch aufbessern? Ich gucke mal gleich. Aber da ist draußen gerade was los, du. Ach so, Infektionsherde meinst du? Nicht Seuchenherzen, oder? Nein, nein, Infektionsherde. Lager. Ja, aber brauch ich das nicht. Werkstatt. Aufwärten auf Werkstatt 2, ja? Das meinst du. Ja, wenn das geht. Ja. Geht. Denn dann könnte ich Toolkits hier auch herstellen bei dir. Ah, ja gut, da brauche ich Ersatzteile. Die sind immer rar bei mir. Also Material und Lebensmittel brauchen wir. Ja, auf dem Weg zu den Infektionsherden können wir ja Material dann auch einsammeln. Vielleicht... Am besten als erstes Lebensmittel? Yo, look. Someone needs to send out for some scavenging advice. I'll find someone in the network to handle that. Hey. Same side. Er rennt mir vor die Flinte und beschwert sich. Oh, ganz da oben. Da waren wir aber selten. Ja, ach, da ist das... Das ist an diesem großen Gebäude, müsste das sein. Ach, ins Gebäude können wir da vielleicht. Ja, ich wollte sowieso immer schon mal da rein. Da war ich noch nie drin. Oh, hey, what's up? Okay, dann gehen wir zu dem Auto. Zu einem Autoflitzer. Am besten den grünen wieder. Wie ist das mit Benzin? Ich hab ein Benzin dabei. Sag mal, kommt noch Heuerde jetzt, oder? Nee. Und was ist dieser schwarze Manneken hier laufend bei mir? Schwarz? Ach so, er hat eine Aufgabe. Ja, das machen wir später. Das war politisch nicht korrekt, sagst du lieber Farbige. Afro, Afro, mit Afro, mit Afri, mit afrikanischem Hintergrund, so war ich schon. Ach, was hab ich denn gesagt? Ich muss... Entschuldigung, der war ganz... Ich kann ja nicht sein afroamerikanischem Fleck oder so, sondern es hat sich was bewegt. Schwarzes. Es war ein Bloater, war ganz in der Nähe. Okay, kommen wir jetzt zu den Autoskills? Ja, genau, da war der nämlich. Da musste ich ohne Vorwarnung ganz schnell schießen. Ich bin ein bisschen weggezogen. Wird es Zeit, jetzt zu beschäftigen? Ja. Ich bin gleich zurück. Wenn du welches möchtest... Ah, warte, ich muss erst auftankeln. Raus. Ja. Ich nehme ihn, weil er hat schönen Kofferraumplatz. Ja. Ich meine, gut, der große Van auch, aber der ist hier besser, finde ich. Die lassen sich ganz gut steuern. Noch größere gibt es nicht, ne? Diese, ja, diese Vans hier eben. Das andere habe ich auch noch nicht. Aber die haben keinen größeren Kofferraum. Die haben acht... Fahrzeugverbesserung ansehen, aha. Audi. Leichte Aufwertungskit, leichte Panzerung, erhöhte Fahrwerk, Höhe Ladekapazität. Fahr hin, schnapp dir, was du willst und dann nichts mehr wegkosten. Leichtes Aufwertungskit. Ja, und die sind gar nicht so einfach zu kriegen. Kann man auch nicht selber machen? Später glaube ich schon. Mit Werkstatt 3 oder wenn man eine Mechanikerin hat. Aber beim Händler kann man die kaufen. Okay, wieder unterwegs. Ja. On the road again. Und hier oben links einmal. Sag ich einfach mal so salopp daher. Und hier rechts. Ich will nicht mehr wissen, was das Luftflug so schlecht macht. Dammit all, it's a horde. Egal. Mit rechts, mit rechts war jetzt mehr geraten. Aber geradeaus kam mir jetzt so komisch vor. Aber es sieht gut aus. Ja. Meinst du? Okay. So viele solchen Herde. Ja, wir gehen jetzt erst mal um den Weg. Na ja. Ja. Ne, ist wirklich gut. Ach so, Lebensmittel und dann Baumaterial auch? Wenn wir Baumaterial finden, ja. Aber erst mal denke ich, dass sie hier. Das hätte jetzt auch begegnen können. Okay. Wenn wir hier rechten. Doch, Moment. Alle Markers. Okay. Hier oben. Also doch nicht zu dem großen Gebäude. Da kommen wir ja trotzdem nachher rein. Ging nicht. Schauen wir uns doch erst mal hier oben. Ach, hier kann man gar nicht rein bei mir. Interessant. Oder? Dann habe ich das noch nie gefunden, dass man hier rein kann. Ich frage schon ein paar Mal. Okay, so ist es, wie... Dieses Ort sieht schockvoll aus nichts. Ah. Ja, ich habe da gebrochen. Ja? Ja. Ja. Wurde? Nice. Nice. Okay, ich habe meine drei schon gefunden. Ach was? Ach so. Mit Material und Isolierband und so. Schön. Ich hatte nur zwei. Und die habe ich auch schon gefunden. Waffenüberrüstung. Gewindebohrer. Einen Gewindebohrer hast du gefunden? Mhm. Da kann man vielleicht die Waffen aufbohren. Warte, wir gehen noch hier in das Gebäude und dann sollen wir doch da unten zum Großen mal vorbei. Oho. Aha. Gut, gut. Was war das jetzt? Was zu knabbern. Ah. Haben wir gesucht, was zu essen. Ja, diese kleinen Tütchen halt. Ersatzteile kann ich nehmen. Da habe ich schon einige gesammelt. Okay. Und wieder mit Schreinerzubehörs. Sehr gut. Material. Ach, ja richtig. Ich habe gemerkt, das ist meine Mechanikerin hier, mit der ich unterwegs bin, die gute Pagan. Und ich habe gemerkt, dass sie ein Händchen dafür hat. Sie findet mehr Ersatzteile und auch Toolkits findet sie öfter. Habe ich so zumindest den Eindruck. So fühlt es sich an. Kann ja nicht zufällig so sein. Ähm. Ja, wir können mit dem Auto da runterfahren, ne? Ja, das ist so eine Kurve da runter. Oder? Los. Wenn wir schon hier sind, dann richtig schauen. Bitte. Wir schauen mal hier nach auch. Oh, Quall. Okay. Hier finden wir sehr viel Material. Das ist gut. Oh, noch eine Waffe. Ja, sie findet, sie findet... Sie findet fast ausschließlich Ersatzteile. Das finde ich prima. Nichts gefunden. Na nun? Die habe ich doch gesucht vorhin. Da ist nichts mehr. Da war gar nichts drin. Vielleicht. Oh nein. Wo ist er denn? Ich nehme lieber das Auto, ja? Ja, komm rein. Aufgeblähter. Oh, ich kriege die Kurve nicht mit dem Auto hier. Ne, wer ist noch hier? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas gehört. Auf die Flügel. Ja, ja. Oh. Äh, fahr? Ja, aber der scheint... Wir sind, glaube ich, vorbeigefahren oder sowas. Oh, das sieht doch ziemlich voll aus hier drin. Das ist das, was ich da was looking for. Ja, so nah. I'm on the way back. We're getting sloppy. So, viele Ersatzteile. Na, die brauchst du ja auch als Mechanikerin. Da kann sie... Oh, geht los und weg. Da kann sie dann... Diese Toolkits herstellen. Ich habe fertig. Ich setze mich draußen so ein bisschen hin. Mal sehen, was wir noch so finden. Okay. Sehr schön. Wer hat denn da geschossen jetzt? Keiner. Ich habe krachgefunden. Ich habe krachof. Ich kann mich heute wieder. Ich habe krachof. Ich habe krachof. Ich habe krachof. und nun ja da hier schauen wir noch ein was finden finden und das nehmen wir mit die so eine kopf hier rumgelaufen ja ein bisschen ist ja noch ich habe fertig das was da drin ist was da noch ach wieder ein wurf lockt vogel aber ich habe ach warte kannst du auf dem boden werfen ich habe ich hier schon welche reingepackt so viel material hast du hier gefunden ich dachte ich nehme mal die schrauben aber so viele also die ersatzteile dann ist hier drin wieder ein platz frei wenn du wasser kühlen möchtest aber warte mal er hat ja nichts und zu diesem karakter ok was gibt es noch hier schönes generator tüte mit dünger so was gibt es noch kann man da rein oder nicht das weiß ich nicht das weiß ich nicht mit platziert das gut ist so schön schuldigung das war ein aufgeblöter oder schon wieder so teppich rolle teppich rolle da kann man gar nicht rein in dieses große große gebäude oh Mist kannst du einen sack nehmen ja totally worthless äh ablehnen ja warte ich gehe überseite also die tour hat sich diesmal gelohnt oh ja aber trotzdem kommt man in das der hält doch mit chemikalien kannst du noch schrauben nehmen oh ja komisch dass man hier nicht nirgends rein kommt aber ja die haben das gut verbarrikadiert schon oder gibt es unten vielleicht irgendwo so einen eingang oh da kommt eine horde oder leiter hoch irgendwo hm ich habe keine gesehen könnte sein dass oh ein koloss am auto in der nähe vom auto ah hier oben doch ist eine leiter ja ist eine leiter ach so auf den kleinen bauwagen da ja da oben ja zur not könnte man ne ja okay ich habe da oben aber leider keinen weg gesehen das sind aber vielleicht auch nur so wassertürme oder so aber ne da oben sind doch auch fenster irgendwie ist das schon eigenartig ach vielleicht konnte man durch den bauwagen durch und dann da rein irgendwie meinst du also ja jetzt für uns ja nicht wir können ja nur an den konzern da besser wir verschwinden von hier ich würde sagen richtung heimat oder ja oder sind noch schade solchen proben egal oder dann hole ich die schnell noch kann ich die überhaupt nehmen ne kann ich doch jetzt sind sie weg oh nein zu spät ach so haben wir hier geguckt bei denen denen bei den Containern nicht dass ich wüsste wüsste ich jetzt nicht ich glaube nein aber da sieht auch nicht nach gut aus dass da was wäre links Entschuldigung links ja ja oder ich wusste 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 alle mitgenommen ja aber nur kurz sehr schön Ist das eine Basis? Das links? Nein, ich glaube nicht. Das ist so ein Trailerpark. Ach so. Ungemacht. Oh nein. Wieso? Du bist doch meterweit dran vorbeigefahren. Ich bin immer noch im Auto. Ich steig aus. Gasvergiftung. So, können wir wieder rein? Jo. Aber du bist meterweit. Also bei mir sah es so aus, als hättest du ihn nicht erwischt. Der, ich glaube, der bringt sich auch selber zu explizieren, oder ich? Ja. Der hat da geschossen? Aber er hat doch, er hat was zu verkaufen. Hat er jetzt auf mich geschossen? Ich weiß nicht, hat er? Ich kann gar nicht handeln. Warum kann ich nicht handeln? Ach so. Okay, tschüss. Die sind Händler, oder was? Ey, yo. Ähm, Motorenknaller sind das. Eine in Klaue. Ach so, die sind das, die Motorenknaller. Kannst du mich mal schubsen, oder sowas? Warum? Ich kann nicht nicht stückfüßen. Mich ansprechen? Ich kann dich auch nicht ansprechen. Okay. Mich rausschmeißen. Bist du eingefroren? Ja. Geht gar nichts mehr. Äh, Spieler entfernen. Verbindung gedrängt. Von Horst den ausgeworfen, okay. So, dann schick ich dir wieder eine Einladung. Ja, aber wir sind auch am Ende der Folge. Ja, das machen wir aber noch. Eben, ja, zurück. Nach Hause. Ich sagte Bescheid, wenn ich drin bin, ja. Oh. Bist du da? Ich bin rein, nein. Der ist noch im Ladebildschirm, dauert noch ein bisschen. Ah, okay. Ich klette mal so lange hier hoch. Hast du was zu klettern gefunden? Ja. Vielleicht gibt es ja noch Aussichten, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, schön. Ja. Ähm. Tankstelle? Ich denke, wir haben einen Freundlichen hier. Irgendwas habe ich noch nicht entdeckt. Hier. Wir haben versucht, Freundlichen zu sein, aber du kannst nicht beobachten. Ich verstehe nicht, ich sehe kein Fragezeichen mehr. Bist du da? Sofort. Ah, okay. Oder gilt das für dich? Hast du noch was zu entdecken? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ah, ich habe es gefunden. Kann ich nicht sagen. Hahaha. Eine Zombieherde, danke. Gino. Hey, how's it going? Können wir mal hier noch schnell schauen, wegen Benzin. Hey. Oh, ich bin voll... Pech gehabt. Ach, Menno. Was denn? Kannst du mich wieder rausschmeißen? Wie? Ich bin schon wieder eingefroren hier. Allerdings. Okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Tsch, 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 sage ich mal dazu. Warum passiert mir denn sowas immer? Ich handel hier nicht mehr, ich spreche nicht mehr mit den Händlern. Das ist vorhin... Ja. Bist du jetzt auch eingefroren? Okay, dann sehen wir halt mal den Ladebildschirm. Aber ich glaube, ich schneide das nachher zusammen. Die Ladebildschirme schneiden so ein bisschen raus, oder? So, auf den Ritschirme. Was passiert eigentlich, wenn ihr am Fahrten seid und ich dem Spiel beitrete? Lande ich dann automatisch im Auto? Oder wahrscheinlich hinter dem Auto? Ja, wahrscheinlich. Guck mal einfach zum Auto, Richie. Dann können wir los. Joa. So, raus hier mit keinem mehr. Sprechen. Kofferraum. Ich komme. Ich hole nur schnell... Da war ein Benzinkanister, den ich mitnehmen konnte. Damn, this place looks full of stuff. So, jetzt bin ich aber voll. Hey, be nice. We want to stay on their good side. Ein Packsack Benzin? Kann auch jemand ein Packsack Benzin nehmen? Nee. Go for it. Ich bin... Das geht nicht mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ist wieder abgestürzt. Echt? Ja, ich bin hier und kann... Nur mal den Packsack kann ich anklicken, sonst kann ich nichts machen hier. Ah, oder ist meine Tastatur kaputt? Let's put something down first. Jetzt habe ich irgendwas auch noch abgeworfen. Soll ich dich wieder rausschmeißen? Ja, irgendwas habe ich abgeworfen. War das was Gutes? Weil ich habe so viele Sachen eingesammelt, Gute. Ich sehe nichts. Ah, warte doch, da ist was abgeworfen. Äh, Rolle mit Feuerwerkskörpern. Oh, schön. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich schmeiße dich wieder raus. Okay. Ich glaube, das ist eine schlechte Gegend. Für dich. Ja, oder es liegt an meinem Rechner. Das kann natürlich auch sein, dass der jetzt so wieder in die Knie geht. Ich sagte ja, bei mir im Singleplayer ist das so, dass jetzt wirklich verstärkt Horden rumrennen und immer mit Kreischern dazwischen oder mit aufgeblähten ganz, ganz viele. Und das ist jetzt bei mir auch nur noch am Ruckeln eigentlich. Kaum mehr spielbar. Oh. Und bei dir ist ja jetzt auch mehr los mittlerweile. Ja. Also, ich hole dich wieder und dann kannst du mir ein Pack Sack geben, okay? Ach so. Ja, ist doch egal. Ich konnte mich befreien. Aha. Ja, ich bin drin. Ich rühre nichts mehr an jetzt. Einfach ins Auto. Und ab Richtung Heimat. Wir sind nämlich schon über der Zeit. Ja. Die paar Minütchen. Äh, wo bist du denn? Im Ladebildschirm. Ach so. Die Ladebildschirmhülle. Ich würde gerne das Benzin nämlich noch mitnehmen. Aha. Ach, da bin ich bei den Händlern wieder. Nichts wie weg von denen. Und damit fing das ja an hier. Geh mit deinem Pack Sack. Dann kannst du ja Benzin nehmen. Ist das eine gute Idee? Ich kann mich nicht ansprechen. Okay, dann lass das Benzin. Komm, wir gehen. Komm, wir. Ich kann den, ja. Ich gehe lieber in kein Menü jetzt mehr. Oder? Ja, müssen wir ja. Die Sachen muss ich dir ja noch geben hier. Ab nach Hause. Aufgeblähter. Auf der Straße. Auf der Straße. Auf der Straße. Hier links. Äh, rechts meine ich. Hier geht ja nur rechts. Entschuldigung. Und da ist so viele Zocken hier unterwegs. Oh ja. Ach, echt jetzt? Schon wieder eingefroren? Ja. Ich wollte hier nur was rausnehmen. Ich habe vergessen, als ich, als mir eingefallen ist, dass ich da besser nicht rangehe, da war es schon zu spät. Nein, ich kann nichts mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Warte, ich komme gleich. Vielleicht ist bei mir doch die Escape-Taste kaputt. Kann das sein? Ja? Du hast einen richtigen Punkt. Ich folge. Äh, war falsch. Ich hab niemals schon etwas, als ich mich für etwas auf dem Zocken inventory gemacht habe. Ich habe auch alles für mich für mich, weil es in der Zocken gebe ich mir davon. Ich habe durchaus viele Zocken vorbereitet. Ich habe ja noch mit meinem Zocken vorbereitet. Ich habe ja auch mit meinem Zocken besorgt dafür. Ich habe meine Zocken vorbereitet. ich wollte schon sagen diesmal geht so schnell aber zu früh gefreut da ist noch der ich habe immer zwei ladebildschirme du auch so einen mit bild so kann man es ja auch noch nicht krieg jedes mal geschenke ich bekomme jedes mal geschenke wenn ich von dir raus gehe und bei mir rein so munition und medizin und so keine packsäcke aber nur so 30 munition ist ja schon was die sind immer noch deprimiert lebensmittel sind gering wie war wie war das ach so du bist zu hause ja wie war denn das mit infektions herde müssen wir halt reichlich beseitigen ja wie sieht das denn bei dir aus mit deinen lebensmitteln und so weiter neun lebensmitteln habe ich das alle alles andere ist gut lebensmittel sind halt ein bisschen gering okay du bist wieder da ja gut moment ich pack die sachen die wir gesammelt haben doch erst meins auto hoffentlich stürzt es jetzt nicht wieder ab ja den resten hatte ich ja mitgenommen glaube ich ja da hat sie sowas da gesammelt und ich komme nicht raus ich glaube die escape taste bei mir ist kaputt nicht mehr kommen wieder nicht raus aus dem menü ja gut dann verabschieden wir uns so ja leider ja vielen dank fürs zusehen kommentare tipps und trips tics nein tipps dafür bedanken wir uns lieben dank dafür ja und bis zum nächsten mal tschüss tschüss